Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 14. Juli 2020. Das ist eine ganz besondere Geschichte über Prinzessin Farbe und ihre Vitrine voller Perlenhalsketten. Prinzessin Farbe hat endlos viele Perlenhalsketten in ihrem Zimmer. Am stolzesten ist sie auf einen Glückskauf vom Flohmarkt. Eine echte Perlenhalskette ohne Kratzer wurde dort verkauft. Prinzessin Farbe hat große Pläne. Ich will mein Haus in Zukunft so umgestalten, dass es ein Museum für Perlenhalsketten wird. Da kann man ihr ja nur viel Glück wünschen. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Könnt ihr mir noch mehr verraten? Ich finde wirklich gute Neuigkeiten. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Oma Gaul. Der 14. Juli war das Ende Datum dieser Mi-Nachrichten. Why didn't so anything wrong?